... in Fahrt Richtung Süden, auf dem Armway 99. Oh, hier fahren wir hin und erkenne den Skur. Ja, da fahren wir hin. Weg vor mir. Höfe. Noch einer. Sie spawnen. Sie spawnen. 3,30. Jetzt gucken wir uns noch zurück. Ausfahren, spielen. Ein Einfall. Ich baue kein unfällig, fahre nur ein, aber das Tumor. Eine gefährliche Angst. Der scheint mir okay zu sein, aber wer hat sich denn hier in den Weg geschlagen? Der ist gleich so für Stufe 5. Das ist schlaß. Wie schwer. Sollte ich vielleicht mit mir gehen. Die Fahrer geht zu gut, sind auch Holzbikes von dem LKW runtergefangen. Achtung! Alle Einheiten! Verfolgung jetzt auf Alarmstufe 5! Wiederhole! Alarmstufe 5! Das ist jetzt nötig! 1042! 1042! Rücke fährt! Die haben sich jetzt alle verwandelt. Direkt an Kurvers. Lassen euch zurückfallen! Wir kommen jetzt runter! Ich war gerade... Ah, die wütterhafte Scheißflüge! Der Eisflüge! Die lösste Schuhe am Flügel! Der Hüge kommt vorhin. Die Feature besteht aus dem Gitter ins Zimmer. Kommt heult! Die Westflüge aber auch privat. Das ist ja ganz schön in der Mitte. Hier kommen 4.5 Nets. Ah, da haben wir jetzt wieder alle mal mit der Punktzeit für seine Wissenes. Nein, der Bänder! Wo bleiben Sie, verdammt! Oh, ganz schön, warum? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er hat die Straße verlassen. Fährt jetzt auf den Golfplatz. Was denn? Zur Hölle! Mein Gott, wir fahren direkt daneben, ey. Die dummen, verkackten Kacktexturen. Ich würde irgendwie nicht mit der Physik einstimmen. Weiß, weg, weg, weg. weg, 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 weg! soziale Kontakte machen. Ich bin der Böse, ja? Ich weiß. Suche Böse. Ich glaube, die voll auslögenweißen Autos muss suchen. Die wollen mich haben. Aber die kommen nicht auf die Idee ein paar Mal, die da auszulegen. Das habe ich schon letztes Mal gesagt. Je schneller die Autos ist, desto keiner ist geworden. Dann läuft das hier momentan glücklich. Und hier ist schon die zweite Runde. Ohne Nagelbänder. Die scheinen das nicht zu lassen, dass man nicht so wenig bremsen kann. Und mit Nagelbändern würden sie bestimmt bremsen und mir einen Fall tun. Das wissen die ja nicht. Die vornen nicht mehr Verstärkung haben. Ich fahre einfach nur. Und dann mal her. Das ist mega zu mir, ey. Die sind so nicht steuer. Die sind so weit matten. Leute. Interaktiert mit mir. Auch eine Falle. Das war ja eigentlich nicht die Frage. Wir finden uns direkt über dem Ziel. Ja, irgendwie. Sollte sich was ändern. Mann, der Pulszeigerwärts. Der Schrauber ist wieder da. Leute. Straßensperren. Bitte. So. Der alte Tritt mit dem Vorfahren. Das kennt man jetzt schon wieder. Unterteilt euch. Wir nehmen uns jetzt vor. Der Rundschrauber ist schon wieder runter. Der Winter will wieder asozialischen Kriegschirm betreiben. In der Seite von uns. Wir haben hier irgendwie da. Wir haben hier noch die Probleme. Ernst gewaltige. Die wurden hier ganz unter einer Brücke. Wir werden gleich schon wieder tun. gleich die dritte unbeholung fälscht es auch noch Und 16 Minuten dort, das rennt schon gut, da 16, das schützt zwei Parts. So, 92, Nadelbänder. Haben die welche? Oder haben die keine Nagelbänder mehr, wenn die Korvetten ausgehen? Korvetten muss schnell sein, da ist kein Platz für Nagelbänder. Haben die nicht mehr? Hat Blutze einen Pilz? Das ist hier nicht bei Super Mario World, Junge. Jetzt schon gerade durchgestanden, Blutze einen Pilz. Ich spüre die 5. Blutte, Blutte. Kann jemand diesen Kerl aus dem Weg kommen? Nein. Unmöglich. Warum, weil er nicht aus dem Weg gemacht werden will? Ich habe meine gesamte Verstärkung verloren. Äh, ist noch jemand verfügbar? Nein, aber wie wäre es, wenn du durchgestellst? In Zeiten, die die alte Uhr nun richtig ausspricht. Und es können Verstärkungen weggehen. 2, 0, sie mussten da sein. Ist ja nichts. Ah, da. Das hier wird jetzt die runde Messstelle. Vielleicht wird das ja jetzt, wenn wir Sets, war ohne Fail, aber mit 300 Runden in die Autobahn. Ich übernehme die Verantwortung. Wir drängen ihn von der Straße. Lasst ihn nicht vorbei. Wir drängen ihn von der Straße. so gut kleinlich kleinlich kleinweilig ich werde nicht so auf alles achten das sagt in dem Moment es geht weiter 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 ist alles in diesem Auto Leute hier kommt fahrt schneller werft mal den Wendler ich fange sie an zu retten oh scheiße ein Durchfall Leute ja ja aber die haben mich geholfen da waren keine Autos mehr kamen wir rauben das Fahrzeug Achtung passt auf wir schalten ihn jetzt aus dann fahr mal dann fahr mal vor dem Verkehrsschild wir zwingen wir zwingen euch selbst die haben die haben die haben die haben die haben die haben Straßenaktion Termine Die sind ich fliege Ich fliege über das Krügel an. Oh, Niklav Kovac. Das Lose ist durch die Luft gesprungen. Das Lose ist durch die Luft gesprungen. Verdächtiger wird die Sektor. Auf, fahre ich in der Mitte hin rückwärts. Wo ich vorhin jetzt nicht anbaut. Da holt sich das Wind schon mal auf. Ich hab gewendet. Wir fahren jetzt in die Gegensatzberichtung. Äh, ich gar nicht. Ich melde dich. Entscheide ihn auf. 10.30. Ich hatte hier gar nichts mehr. Ich hab immer noch nichts gelernt. Halt den Abstand, wobei ich vorrücke. Das werde ich weiter tun. Ja. Ja. Okay, das war jetzt gerade wieder toll. Stimmt schon so 30 Sekunden mal rum. Und wer da noch spawnt. Kabel von eurem Folle einhalten. Achtet auf Euro zwanzig. Dehen Sie ihn auf Röchte in der Straßenplatte. Achtet auf Euro zwanzig. Der Fahrer ist nicht über die Nagelbänder gefahren. Ihr ist an uns vorbei. Wir brauchen sofort eine Leute. Habt da ja schon... ... ich rausgebe ich. Wozu Teufel rutscht mir dieses ganz Kack-Kavaleer? Der Verdächtige ist weiter flüchtig. Die Straßensperre hat nicht informiert. Wenn alle Verfolgern auf der Wittkommenspräche liegen jede Menge in der Fall. Wenn alle Verfolgern auf der Wittkommenspräche verfolgen. Dann muss er sich drehen, er kommt jetzt runter. 2525, 2525, mein Wagen gibt's deinen Geist auf. Oh, what the fuck. 75, vermutlich ist heute auf Ausgebremst. Das war's für heute.